Defibrillator starten. Bereit machen. Und weg. Weg. Defibrillation. Macht das. Ich lieg gerade im Sterben, oder? Yusuke Urameshi. Ich gebe dir dein Leben zurück. Und im Gegenzug wirst du ein Geisterdetektiv. Und das im Austausch für dein Leben. Was sagst du? Ich habe begriffen, dass es Menschen gibt, die ihm nicht glauben. Was auch kommt, ich beschütze sie. Togoro, ich habe einen neuen Auftrag für dich. Klingt nach einer interessanten Angelegenheit. Soll mir recht sein. Wir sind damit, wenn wir wieder deutlich haben. Untertitelung des ZDF, 2020